Wenn aus einem Vorgang viele werden, wenn juristische Verfahren groß und größer werden, wenn der Berg kaum noch bezwingbar erscheint. Komplexe juristische Verfahren sind fehleranfällig, zeit-, Personal- und kostenintensiv. June ist die All-in-One-Plattform für die effiziente Bearbeitung juristischer Verfahren, gerichtlich und außergerichtlich. June bezwingt Berge aus Akten, Dokumenten und Informationen. Ihr Schriftverkehr wird mittels vollständiger BA-Integration und Schnittstellen zu Drittsystemen automatisiert verarbeitet. Dabei erkennt June mithilfe unterschiedlicher KI-Verfahren nicht nur, um welche Art von Dokument es sich handelt, sondern weiß auch, welcher konkrete Arbeitsschritt erforderlich ist. Inhalte werden automatisch analysiert und wesentliche Daten extrahiert, gebündelt in einer digitalen Akte. Über individuelle Workflows werden konkrete Arbeitsschritte festgelegt, die kollaborativ erledigt werden können, auch mit Mandanten oder Dritten. June erstellt alle Schreiben, automatisiert auf Basis sämtlicher Aktendaten oder interaktiv, wenn Sie selbst schreiben wollen. Der Versand erfolgt nahtlos über BA, E-Mail und andere Schnittstellen. Wer hat was, wann, wie, zu wem und in welchem Kontext gesagt? Mit der mehrdimensionalen Aktenansicht kein Problem. Alles auf einen Blick und Klick. Und auch auf Projektebene sorgt June für den vollen Überblick. Echtzeitreports liefern alle wesentlichen operativen und strategischen Kennzahlen. Für Sie und Ihre Auftraggeber. June steht für Case Management auf höchstem Niveau.